Musik 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 Ok, jetzt gehts hier irgendwo rum Rote, ja das ist das hier Äh, Blu neideg Blu neideg Warte, warte Häng fest, häng fest Musik 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 Jo, Camp, achst du das jetzt? Ja, ich bin grad gestorben Achso, bist du? Ey da Alter, der ist voll auf Drogen Gehst du mal zur Seite? Nö Böswillig Handelte Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Okay, gut Unser Partner hat nicht gerettet Es ist aus dem Weg Es ist aus dem Weg Ein Boot mit Verstärkung ist auf dem Weg Verstärkung kommt Verstärkung kommt Oh Gott Ich hab halt dein Boot zerstört Scheißkerle Hm 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 Schnell Schnell Das Flugzeug fliegt schon Du wickst ja da auf Gasse gehen Flieg mal, flieg mal so Geht das überhaupt? Nein, 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 es geht nicht Gasse, flieg so steil hoch Du bist doch Ja, es geht doch Ja, ich bin auch drauf, stimmt, es geht Es geht Alles gut Okay 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 Äh, was ist das mit uns aufgrabbeln? Nein Nein Mal Komm schnell zu mir, wo bist du? Wann bist du denn? Was hast du denn gemacht? Ein Looping Ja Ja, warum machst du auch Looping? Ja, warum machst du auch Looping? Ich wollte gucken ob du das überlebst Nein Nein Ey, du wolltest mich umbringen? Nein Boah Wer bist du? Oh Mann Das ist mir auch gar kein Spaß Nein Du bist du Geh auf Mach nicht mein Flugzeug kaputt Das ist Spaß Was ist das? Was ist das? Ruhig 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 Ey, du hast es überlegt Krasser Moll Ja, aber ich kann es auch nicht umbringen Ja, ich dachte du wirst du durch die Explosionssterben oder durch den Aufprall Hast du... Du Idiot, das brauchen wir doch Du bist so ein Trott, ey Ja, dein Heli geht einfach nicht am Arsch Du bist ein Trottel Wie sollen wir denn gleich die ganzen ganzen anderen Punkte finden? Du hast einen Spawnout für Dinge Dann hol ich mich wieder einen neuen Heli Das müssen wir jetzt alle abschlagen Ist ein Heli über uns? Ja, ne? Töte Wenn eine Frau am Knüppel sitzt Mach sie kalt und such weiter meine Tulippen Mann, kommst du nicht? Nein Nö, ich belebe dich nicht wieder Oh Gott, meine Gülle abzuknallen? Hast du aber hier einen Baum getroffen? Nein, ich hab dich getroffen, du bist mir reingesprungen in den Schuss. Allein, sorry Chris, das war nicht so gemeint. Was? 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 Willst du nicht mehr einsteigen? Wer sieht denn? Soll ich reinrollen? Ja. Wer hier ist? Das ist ein altes Foto von mir, Alter. Warte, ich hab immer noch die Rainbow-Dings an, ne? Kann das sein? Das bin ich? Ja, okay, jeder sieht sich selber da. Nein. Nein. Ah, nein! Wieso taucht doch noch ein Bär auf? Weil du böse was. Fick dich, Alter. Das war gerade dein Luchs. Wo ist dein Luchs überhaupt? Das hat sich einfach so ein Bär verwandelt, Alter. Ja, klar. Ernsthaft? Auf zu lügen. Schon wieder! Ah! Ich hab keine Money mehr! Ich hab keine Money mehr! Ich hab keine Money mehr! Alter, ich war jetzt aber dreimal vom Tier angegriffen. Warum? Weil du es verdient hast. Ich hab gar nichts verdient. Ich bin ein Engel. Alter, wo ist meine UC, Alter? Da. Nach lange kann ich das auch nicht. Ich hab doch nie, Alter. Okay. Hast du bei mir irgendwas blockiert, oder was? Nein. Ich bin wieder... Fick nicht du Scheiß. Fick nicht du Scheiß. Der gibt ja mal mit Schlepp. Ich darf meine Muni nicht benutzen. Ich hab Muni, aber ich kann nicht nachladen. Hat sie... Ach, sie hat es schon wieder, nicht? Ja, ganz falsch. Die werden erstmal friedlich, ich komme näher und dann wollen die mich finden. Hier hast du ihn. Hier hast du ihn. Okay. Ich komme! Roadkill! Warte doch mal! Yo, Respekt, wenn du es geschafft hast. Ich bin da lang. Ja, ja, das ging gerade nicht. War gerade blockiert. Ja, ja, das ging gerade nicht. Los! Ich schnapp los! Ich gehe fertig. Ey, warte, du bist ein Buller und der schickt mein... ... die ganzen wieder zurück. Das ist ein Bär. Die Physan. Weißt, jetzt leise sein, leise. Was ist das hier? Achso. Achso, ja. Habt ihr gleich gesehen. Wir sind Schlange. Oho, da. Ah ja, ah ja. Wir müssen auf den Mount Fuji klettern, wenn wir in Japan sind. Äh, klar, wenn das so... Links klick und... Rechts dickes... Nein! Yo, yo, yo. Ich will hier hoch. Jetzt von Arte angegriffen werden. Das wäre krass. Und dann runterfallen, ja. Oh, sie ist tot. Das ging schnell. Ich finde das Versteck. Oh, hast du sie erschossen? Bei mir, wo sie das gut angezeigt. Äh, ja. Nein, du Idiot. Das wäre... Du tötest immer irgendwelche unschuldigen Leute. Ja, aber war sie rot? Nein, war sie nicht. Hast du auf sie geballert? Deswegen... Nein! Sie war nicht rot. Arte waren rot. Alter, nein! Mich kamst du gleich auch. Ich muss zusammenbleiben. Ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Hol mich schnell, hol mich schnell. Hol mich schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gleich tot. Ich bin auch gleich tot. Danke. Wow, ich bin tot. Ja, genau, super. So gehen wir uns zurück in Deckung. Ah, ich bin tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss schon versteckt gewesen sein. Hier liegt doch ganz viel Geld, ne? Ich bin gefickt. Alter. Ich bin tot. Ja, das sehen wir. Oh. Ekelhaft. Hä, was machst du hier? Chris, was mach ich hier? Ähm. Du liegst? Warum liege ich, hä? Ja, steh mal auf. Geht nicht. Ich hab auf Enter gedrückt. Um beizutreten, ist liege ich auf dem Boden. Okay, ne, ich bleib hier liegen. Ich hab eine Gönnes getrunken. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin ein Querschnittsgelenk, meine ich. Du musst mich jetzt rumtragen. Ja, geht nicht. Das Spiel hat an alles gedacht. Du hast jetzt gelähmt, die können ja jetzt mitmachen. Jetzt trage mich mal rum. Ich kann nicht. Ich kann auch nicht. Steh auf. Ey, das... Steh auf. Geht nicht. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich spüre mich. Ich kann nicht, Mann. Wenn du wüsstest, was ich hier sehe. Warte. Wir haben mal gewagt. Das Spiel ist nur verpackt, Alter. Nein. Ist es mich überfahren? Ja, bring mich irgendwie um. Nein, das geht nicht. Steig ein. Hey, ich sehe nur Reifen vor meiner Augen, das sind weh. Komm, drück E. Gib mich. Kann ich dich irgendwo Gegner anlocken? Dass sie dich umbringen? Ich glaub, die ignorieren mich, glaub ich. Beweg ihn. Lass mich hier liegen. Ey, geh doch weg, wenn du weggehst, dann sterbe ich doch. Hier gespawnt. Wir werden beide sterben, dann. Echt? Ja. Was für ein Scheiße. Wir haben uns zu lang gezackt, ey. Nein. Pieches mal streichen. Oh, brave Pieches, ne? So, und jetzt setzt ein schönes Häufchen auf Umuskopf. Nein! Nein! Hi, Mario. Oh, fuck. Wir haben nur einen Bug entdeckt. Ja, das ist ja ein Bug, das ist voller Scheiß. Sag mal was mit mir so was er macht. Er liegt einfach auf dem Boden, kann sich nicht bewegen. Die ganze Zeit schon. Ja, ich spawne wieder rein und dann bin ich querschnittsgelände. Ich lieg auf der Straße rum. Nein. Warte, 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 warte. Nein, das auf. Nein. Ich geh jetzt auf. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht zum Toppen. Ich pisste auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach Ja oder Nein. Äh, ja. Ach so, darfst du holen. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Saron. Ja. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Ja, Alter, Tänze. Ähm. Wie fühlst du so verleicht? Nein. Ich glaub nicht. Oh mein Gott.